Mein Sins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir, dem GP3050 aka Olli. Ich seh ziemlich gut aus, seh ich auf dem Nebenscreen gerade. Ich befinde mich hier gerade auf dem Dach eines Bungalows, beziehungsweise meines Bungalows hier, unseres Bungalows, dem Bungalow-Weiter-Mamilie. Moment bitte. Ich würde euch ja gerne weiter hinten zeigen, aber sobald ich mit der Kamera irgendwie ranzoomen oder irgendetwas machen will, dann schaltet die sich einfach von alleine aus, wie gesagt. Ich begebe mich mal ganz kurz ein bisschen weiter nach vorne. Moment bitte, ich muss euch mal ganz kurz was zeigen. Ich weiß zwar jetzt weniger professionell, aber wenn man das hier sieht, von dieser Höhe hier runterspringen, da übe ich mal das abrollen. Die Kamera gibt auch gleich einen Geist, aber ich habe gerade innerhalb von zwei Sekunden zwei Balken Akku verloren, keine Ahnung wieso. Jedenfalls möchte ich euch einfach nochmal jetzt spontan fragen, nach einigen hin und her, nach einigen Krieg, nach einigen Generve, das ziemlich lang gedauert hat und ich hoffe mal, die Tonqualie ist jetzt einigermaßen gut. Nachdem halt einiges gemacht wurde, ist es jetzt soweit. Ich bekomme schnelles Internet, schnell genug, um jetzt regelmäßig zu streamen, mal am Wochenende vielleicht. Und da wäre einfach mal meine Frage gewesen, hätte ich da Bock drauf, dass ich vielleicht jetzt anfange mit Streamen, vielleicht am Wochenende immer mal so regelmäßig TTT oder sowas. Brickfoss, wie gesagt, bin ich höchstwahrscheinlich raus und werde auch kaum noch Videos machen. Und deswegen, also wenn ihr interessiert seid, dass ich streamen soll, haut es einfach in die Kommentare. Ich hoffe nochmal, was dann kommt. Und bis dahin, vielen Dank fürs Gucken dieses Vlogs. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis dahin, meine lieben Freunde, haut rein. Ciao. Ciao.